ja heil willkommen mein name ist dann die rollb und ich begrüße euch zurück zu let's play teams auf der serie in der letzten folge ist eine menge passiert wir haben artorios getroffen schicke nominat hat sich gezeigt in der form von lafisette melchior kämpft gerade mit höchstwahrscheinlich gerade mit magilow welche entkommen ist aus diesen komischen zauber den nominat auf uns alle angewendet hat und jetzt sind wir hier mit wer wird elena und lafisette nur und ja mal schauen wir haben uns geht keine ahnung was ich es noch mal hieß aber um Ich finde, wenn die Verbeutung nicht mehr, wenn die Verbeutung nicht mehr schlussieren können. Also wäre es, wenn ich mich daneben werde. Sie waren sehr glücklich, oder? Nein, das ist nicht so. Ich bin wirklich schlecht, aber ich kann jetzt nicht mehr für Verbeutung nicht mehr. Ich habe das nicht vorgestellt. Ich habe nur den Menschen, weil sie es nur die Verbeutung an. Ich habe auch gesagt, dass ich die Verteidigung nicht mehr verletze. Ich habe auch gesagt, dass ich nicht mehr verletzene. da kann ich mal direkt mal ansprechen jetzt wo sie wieder ihre mutter weint hat nichts zu sein rücken sondern auch die hier abschließen dann haben wir alles als das spiel angefangen habe wusste ich ja dass elenor der truppe irgendwann zustürzen würde weil ich habe da intro gesehen und also was und ja was mich aber verwirrt habt damals ist als ich seers gesehen habe weil ich dachte erst seeres wäre elenor gewesen aber vorher habe ich noch gedacht nico wer elenor gewesen weil die an alle rote haare und die sagen sich ein bisschen sehr ähnlich deswegen habe ich gedacht einen von denen wäre elenor gewesen da sind gegner und ja irgendwann habe ich mir vielleicht so gedacht vielleicht ist seeres vielleicht die mutter von elenor man kann nur seine man ja mal jetzt erst heraus 100 melke frühere meister von magie war also moment kann alles passieren ein paar gegner möchte vielleicht mit m gegen den aufzuziehen dann auch für diesen ganz vielen zaubern das letzte was ich sehen will gerade ja gucken und davon mal die wir also zauber einsetzen ich meine wir alles einsetzen alter ist ja ich kann nichts machen nicht die ganze betreut werde hallo müssen wir schon eine kleine shop dafür auch hat auch damit war jünger die nur zaubern dann ist das schlimmste müsste natürlich hier reinpacken wenn ich gerade magie zur verfügung habe das war einfach nicht wahr sein so unverschämt das war wirklich nerviger gegner da bitte tut mir die jetzt nicht hier wieder mengen ja weg stellen da sind andere gegner übrigens ruko und eisen sie sind irgendwie noch verschollen von dem wissen wir nicht mal mit denen los ist das wäre eine mögliche porzellan schwank und ja von den nominat also laffi sette nominat habe ich sehr stark das symphonia erweite bekommen wenn diese engels androgyn ähnliche gestalt wie kann man der hauptwesen ich kann jetzt zum tonja ja ja ich war sie ist erbauend sollte ich eigentlich wissen ein bisschen was mit dem nordischen mythologie kenne wir aus alter jungen macht doch mal ein bisschen halb lang wir sind nur zu dritt ein bisschen nicht so reinhören wir gehen ja gleich gebraucht wir suchen erstmal eisen und also wir kommen die alle ab weg auf weg weg ist sie so viel aushalten können die dieser stadt er kann halt sich auferlegen dass jetzt was ist ja doch jetzt ist noch so nicht ein bisschen kleiner hier machen wir tun ja solche stadtgegner hier weg stellen da gibt mir wenigstens die gegenstände dann damit ich hier nicht mehr so auf gegen kämpfen muss nein danke okay das war ein bisschen zu kotzen wir schon ein bisschen unbeschaden durch die gegend umlaufen ich weiß nicht ob ich den ort hier noch mal besuchen kann jederzeit da habe ich meine flaschen irgendwie einsetzen so gibt mir eisen und ruko war eine volle truppe wieder schon wieder neuer gegnerin diese sei du nicht auch so stark höllendame w zauberst oh mein gott ehrlich ich meine aussitzung auch nicht mehr so aktuell war immer so auf dinge zu lernen ja ob die jahre so lernen geschwindigkeit sagt natürlich auch das kann es vielleicht sein dass manchmal ein paar etwas schlechte ausgestattung trage aber trotzdem nichts neues geil diese geschirrschränke trotzdem schränke ich kann meinen baum nicht einsetzen ein baum ein bord weil ich den baum noch nicht gefunden habe sauer tränke des lebens haben sie mir ja schon ganz viele gegeben sind damit gerechnet haben dass ich hier dauernd freck oder hat ist aber nicht nett wenn wir es wagen mich irgendwie zu da kommen wir ja jetzt aber die fücher jetzt natürlich nur zaubern jetzt wirklich ganz allerdings ich mag den ort jetzt schon nicht zwei kommt her weil ich ja sie macht aber auch wenig schaden hat wurden liebten hatte so beschissene sachen hat sie noch nicht ausgerüstet dann muss man auf der kampf aber auch viel besser jetzt mal auf mit diesem angriff die sich tut immer wenn sie guter gesteuert wird diesen langweilig sofort hat er bringt es doch nicht naja bitte geben gegenstand wandau sehr gut leider habe ich erst jetzt ist eine neue waffe schon für sie bekommen aber stark stark ja sehr stark datei man sieht das ist eine sehr blöde fähigkeit aber sowieso immer nach jedem kampf vorgehalten werden aber da gut die nord kennen wir ja übrigens schon da sind wir schon vor ewig langer zeit mal gewesen ist ja erst mal tor jetzt begegnet sind naja form und tot und nähe korn aber ich habe hier so am plan sollte ich so schwer sein acht treffer 1 zu bekommen und dann irgendwie stupe 2 mit grad einzusetzen verstehe ich doch gar nicht so schwer sein aber nur so ein dunkler bild gesehen ja ich von euch schon die anderen mit ihren erfahrungspunkten jetzt nicht zu sehr hinterher am ende war sowieso noch nicht auf level 849 wird sie noch weiter hinterher eigentlich freut mich nicht so wie soll ich in dem spielstand level 200 erreichen wahrscheinlich wer hat maximum ja in diesem spiel wie soll ich das hier in jedem leben erreichen also es gibt irgendwann so fähigkeiten die irgendwie erfahrungspunkte oder so also der wird 200 werde ich in diesem projekt wahrscheinlich nicht erreichen er hat erste tats aufspiel wo ich nicht am maximal level erreichen würde werdet mich und Ich glaube, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Aber ich erinnere mich schon an, die ich bin, als ein Teil der Mannesemann. Sie hat mir nur ein Gefühl, dass der Mannesemann aufgehalten war. Wenn wir es leiden, anstatt vollkommen am Rad drehen. Ok, wir müssen auch da geht es hier zum Ausgang, ich habe das Gefühl, Schicht 1, leckt mich. Wie groß das hier neu ist, hallo, ich kann ja auch irgendwann zurück, wenn ihr alles erledigt ist, könnt ihr eigentlich aus dem Weg gehen. Oh, direkt mal gezaubern, ne, da kommt es mir an. Oh, sehr gut. Was? Was? Den Namen kenne ich. Los von Reifel ist von, äh, äh, loop, von Tetsch da bis, da sah so ein bisschen so aus. Er hat auch irgendwie sein Schwert und dann irgendwie so ein Riesenstrahl ausgeschossen. Das hat so ein Teufel, das hat ein Tetsch, ja, bis hiermit zu tun, gibt es doch gar keinen Fonanz hier in diesem Spiel. Bloß von 3, welch die Krise. Jetzt gibt es keine Fonanz in diesem Spiel, oder? Leute, das war eine geile Anspielung. Sehr gut übrigens, wir haben ja Level 2, ihr müsst gerade von mir einsetzen können. Sehr schön, freut mich. Damit haben wir von jedem Charakter auch schon gesehen, ne, außer von Luffy, aber ich glaube, er hat noch keine Level 2, mich gerade. Wie sagt er öffnen? Das ist ein Ding, da ist die Truhe, fehlt noch eine Truhe, dann ist da oben rechts auf der Karte. Boink. Boa, warum gibt er hier die Sachen? Ich werde euch mal nach jedem Kopf geheilt. Warum gibt er mir die ganzen Sachen? Das hat ein Bug. Wie was anders? Eigentlich sollte es nicht so sein, Robert. Habt ihr hier auf Fähigkeiten? Ich bin ja schon bei Sieg mal Gegner. Ja, das ist ja wieder was anderes, ne? Keine Ahnung. Jedenfalls werde ich nach jedem Kampf geheilt. Also verstehe ich nicht den Sinn von solchen Gegenständen außerhalb des Kampfes. Okay, da kann ich doch. Aha, aber ist ja was. Nö. Wenn auch, warum dann das Programmieren? Leute. 3050 kriegen wir bestimmt wieder einen Titel, ne? Und Katz. noch eine erinnerung 10 Jahre, bei der Mölle. Ich hatte keine Ahnung. 10 Jahre? Das ist ein Leckerer. Ich habe schon gesagt, ich werde jetzt noch nicht alles. Genau, wenn ich so arbeiten, ich würde nicht mehr休ieren. Das war gerade der Brühe-Bas-Bas-Fur. Das war's für heute. Ich bin kein Wissen. Ich habe keine Wissen. Sie haben Wissen, nur zu leben. Das ist... Das ist natürlich. Ich habe auch die Hände zu schmerzen. Ich habe auch die Wissen. Ich habe auch die Wissen. Wir leben, also wir leben. Wir leben. Was ist der Name? Ich bin Selika Krau. Ich bin... Taimashii Arto? Nein, Arsa. Arsa. Arsa! Äh... Ich glaub mit diesen Jumpscares. Ganz ehrlich, hab ich voll erschreckt. Was ist das? Was ist das? Rokuro! Maiden! Was ist das? Sie haben auch gesehen. Oh, Arto. Er wurde von Arsha. Er ist ein Zeichen der Erde. Er ist das ein Zeichen der Vögel. Er ist eine merely Einzige Geschichte. Er ist der Scheger in den Westphil und ein beeinflusst. Er ist eigentlich ein Malwurz. Was ist das? Anwurz. Er war ein Unge- humanos? Je war ein Unge-Sin. nach reisen so kann man da drüber wir wollen sie mir jetzt auch gut ich weiß und so weiter okay Ja. Ich weiß nicht, dass sie wiederum erneut haben. Ich weiß nicht, dass sie wiederum erneut werden. Ich weiß nicht, dass sie ein Verbrecht haben. wer ist denn hier so level mäßig am weitesten du eine pause ist eindeutig nicht mehr bei verstand na oder noch mehr neue gegner helfen euch habe ich schon alles gefällt ich finde euch jetzt hat meine zuschauer ja euch muss ich nicht mehr kämpfen also geht weg ist nur gegen die nervigen fischer muss jetzt noch kämpfen wir uns irgendwann noch hier ok und langsam habe ich so was den bau ich war du aber nichts gibt mir das hat jeder ring zum hoch so langsam glaube ich es gibt keine mimics in diesem spiel weil wir sind wahrscheinlich schon sehr nah am ende und wie es noch kein einzig begegnet also nehme ich meine es gibt keine also viecher die sich als schatztruhen irgendwie ausgehend dann sich in so golems verwandelt mir voll viel erfahrungspunkte geben jetzt wahrscheinlich nicht hier also ja erstmal du magelow war jetzt hier sehr nützlich in diesem gebiet aber natürlich ist sie nicht da ich immer noch sehen punkt sehen brecher allein dafür nicht wahr wäre jetzt hier jetzt zweimal mal allerdings einsetzen können meine zweite schatzt auf zu blocken mann was da ist wie ich ernsthaft war stiefel gibt mir verdammt noch mal ein paar neue gegenstände habe ich war sein ich wusste hier kommt nicht auf die ganze Zeit um 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 Das sind die Wunderschönsäge, die Menschen in der Welt verbreiten. Die Wunderschönsäge sind, wie die Menschen in der Welt geblieben, und die Wunderschönsäge werden. Das ist die Wunderschönsäge? Mensch und Geist? Die Wunderschönsäge werden, die all die Wunderschönsäge werden. Natürlich, Menschen und Geist und Gorma sind auch ein Teil der Wunderschönsäge. Das ist die Wunderschönsäge. Das ist die Wunderschönsäge, die ich mit dem Wunderschönsäge und den Wunderschönsäge verbreiten. Das ist die Wunderschönsäge. Das ist das, was ich? Das ist nur ein Beispiel. Du wirst es nicht. Der Wunderschönsäge ist, dass sie die Wunderschönsäge mit dem Wunderschönsäge verbreiten. Wahrscheinlich. Deswegen, wir haben die Wunderschönsäge und ich auch die Wunderschönsäge mit dem Wunderschönsäge. Das ist die Wunderschönsäge der Wunderschönsäge. Ein Schönener, ein grosses Wunderschönsäge, aber das ist eine Blattwebliche für die Wunderschönsäge. Es ist nicht so, was ich gesagt, was ich gesagt. Das ist mir noch nicht so, was ich gesagt. Wenn du dich nur zu kurzem wirst, dann wirst du nicht weitergehen, wenn du dich nicht aufschraubst... Wenn du dich nicht aufschraubst, dann ist er Zeit. Du hast dich auch immer gewohnt. ... Das ist ... ... dass du ihn das überlegenst? Ich weiß nicht, was ich gerade so schwer? Wenn ich an den Eindruck auf dem Weg stehe, dann könnte ich an den Fluss auf dem Fluss landen. Ich weiß nicht, aber... Ich weiß nicht, dass ich so schwer bin. Ich weiß nicht, dass ich das so schwer bin. Ich weiß nicht, dass ich mit Aizen sagen kann, dass ich mich auch mit dem Vellum sagen kann. Ich weiß nicht, dass ich mit dem Vellum auch so glaube ich. Ich weiß nicht, dass ich mit dem Vellum noch nicht verhäte. Ich habe keine Ahnung. Ich werde das immer wieder zurückgegeben. Aber was er jetzt passiert? Ich werde das selbst nicht entscheiden können. Ja, aber... Dann kann ich auch entscheiden. Ich habe keine Belvedung. Ich habe auch nichts. Genau. Ich werde das, was du willst. Ich werde das nicht bleiben. warum gibt es noch mal letzte teil hier sei warum sind die so schnell ich verstehe nicht wonach der neben leben schon das ist mal irgendwann hier so pannschau und sie hat mir noch die punkten sich meine ich natürlich und stehe und feuer und mehr ein gegenstand da direkt ihr könnt mich normal naja ist nichts mehr so gehen wir zum ausgang dann möchte ich gerne einen speichert sehen dankeschön und dann möchte ein paar beenden mehr will ich doch nicht wahrscheinlich kommt jetzt uns geht nein aber jetzt der cut ziehen nein oder links kommt auch nicht ein speichert und da würde ich sagen ich muss den party beenden wir sehen uns an der nächste folge wieder von let's play tels auf der serie ich bleibe mich alle herzliches für zuschauer und sage bis zur nächsten folge